und damit ein ganz herzliches konzern weiter und folgen von cod world war 2 multiplayer wir sind jetzt schon level 16 ich bin gespannt wie weit ich danach im stream bin wenn man kurzen screenshot gemacht und so ein schönes bild noch mal ein screenshot machen so wir nehmen wieder unsere herrscher alle positionen rück vor und kontrolliert sie wir erobern charlie abgeriegelt wir brechen ihnen das rückgrat der feind hat able ach doch die map kenne ich wir halten wäcker aah verdammt das ist eher eine snipper map auch mehr munition ich bin bei der map mehr auf Sniper und Busch gewesen in der Ecke hat er gewartet okay alles gut Wartungen können sind ja zwei unterschiedliche im anderen Fenster wir nehmen Abel ein sie nehmen Baker ein wir haben B verloren sie nehmen Charlie ein sie erobern Baker sie nehmen Baker ein wir nehmen Charlie ein sie nehmen Baker ein feindliche Aufklärungsflieger entdeckt der Feind erobert Abel Abel wurde überrannt Abel wird gesichert der Feind hält alle Positionen die haben sich feindliche Aufklärungsflieger entdeckt Aktivität nahe dem Suchscheinwerfer B angenommen wir nehmen Charlie ein Charlie abgeriegelt Lenkbomber abgeworfen sie erobern Baker ah verdammt sie nehmen Baker ein Baker wurde überrannt da hat er bestimmt die schnellsteilte im Volkstoller halbzeit und wieder eine Granate der nächsten Angriff muss man loben kann man loben muss man aber schafft übernimmt die Kontrolle rückt vor und kontrolliert sie Abel wird gesichert Abel abgeriegelt der Feind hat Charlie wir haben die Feuerhoheit feindliche Aufklärungsflieger entdeckt feindliche Bombe im Anflug in Deckung sie erobern Abel sie erobern Abel wir verschanzen uns bei Baker Abel ist verloren unvernimmt aber gut feindliche Artilleriebeschuss in Deckung erobern Baker wir verschanzen uns bei Abel Baker ist verloren Feindkontakt bei Abel Reaktion ah ist er durchgerascht sie erobern Abel auch kümmert euch doch mal ach da legt sich doch nicht hin Abel ein C eingenommen Baker wird gesichert Feindkontakt bei Abel Abel ist verloren Feindkontakt bei Charlie feindliche Aufklärungsflieger entdeckt feindliche Aufklärungsflieger entdeckt feindliche Aufklärungsflieger entdeckt feindliche Aufklärungsflieger entdeckt wo kam der jetzt ja aber ich hab ihn überschrungen verdammt feindliche Aufklärungsflieger haak k Feindkontakt bei Charlie Ja man Becker wird abgeriegelt Becker gehört uns Ich brauche nur ein Assist, wusstest du das für nicht? Mitten ins geschehen reingesprungen Sie erobern Becker Sie sind beim Bauholzstapel Sie erobern Becker Sie erobern Becker Na gewinnen wir die Runde wieder Sie nehmen Becker ein Ah verdammt Aber ich bin nicht der letzte Und Sieg Das war gute Arbeit Einwandfrei gewonnen So Mega Wenn euch auf die Folge gefallen hat Lass doch gerne eine positive Bewertung da Ein Apo freut man sich auch immer Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Macht's gut und tschüss Ja Ja Untertitelung des ZDF, 2020